ich glaube der ort den wir da ausgesucht haben der ist schon nicht schlecht nur ein kleines bisschen noch mehr in den norden dass wir richtung flussufer kommen ich weiß ja nicht dann gibt es da mit sicherheit eine brücke rüber über den fluss so wie es ausschaut und dann kann man doch auch auf diesem inselchen bauen dann lass doch mal da an die brücke gehen und gucken was da ok dann treffpunkt brücke treffpunkt brücke werden wir das leben schaffen ja das ist natürlich die voraussetzung ich renne einfach durch weil es ist eh gerade stockfinster gruselig hallo ihr interessiert mich jetzt gerade gar nicht viel zu viel schiss dass ich jetzt wieder den bären über den weg lauf oder der wildsau die mich gerade schon durch die gegend geschoben hat die dumme sau das ist schon mal ein ganz guter weg wie ich jetzt lauf aber ich habe den bären schon wieder gehört oh gott oh gott oh gott es könnte sein dass hier eine mine ist weil wenn hier ein bär ist dann schaut es eigentlich gut aus das ist toll hier da ist schön flach am ufer ist er schon da oh ich höre ein wolf noch nicht ganz hier sind verlorene lieferung na toll zwei flachs und zwei gesalzenes fischfilet danke dafür auch noch ein fass kirschwein ich bin an der brücke das ist schön ich auch gleich ich gehe schon mal ein bisschen schwimmen um mich wieder zu säubern ja ich bin wieder sauber angelstelle entdeckt barsch aber ich sehe keine fische obwohl ich diesen ja weil du das noch nicht geskillt hast das kannst du doch sehen oh stimmt die brücke ist doch cool und da drüben dann auf der insel vielleicht ja aber ist aber auch ganz schön lang die brücke ja ne das zerreißt das dorf sonst so arg finde ich vielleicht dann eben da drüben bauen auf der insel meine ich da ist ein räuber lager auch noch ein bündel habe ich entdeckt mit fünf bären na toll das sind das sind so komische käfer wo ist das räuber lager ja bist du schon am fighten nö ich bin am looten ist keiner da achso cool war nur ein bogen mehr war hier nicht da ist auch nichts drin ja gut und hier in diesen in den vorräten war was ja aber ist cool dass hier sowieso so guck mal da ist eine fischerhütte ja und hier ist auch ganz viel rotwild an der fischerhütte sind räuber ja hier sind räuber ich hab ja ich sehe sie ich sehe sie ist das dann wie ein ouch ich bin tot ne ah aber ich wache in der hütte ja ich auch ich bin in der hütte wieder ausgewacht die ich hingestellt habe ja ich nicht ich bin wieder im dorf wagen aber aber ich glaube die Stelle ist das ist blöd dass du die Pfeile weil ich habe ja noch Pfeile eigentlich einstecken dass die nicht automatisch nachrücken das ist das ist blöd achso du musst also wenn du die 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 du praktisch in dein in dein Slot reinziehst die verschießt du und dann das dauert dann mehr mehr hast du nicht hm also die die Stelle an sich ist doch nicht schlecht oder wenn wir auf der Insel wenn wir diese Räuber weg haben dann ist doch die Insel richtig schön groß ja aber wir sind halt verdammt weit weg ne vom Schuss ja das sind wir aber immer irgendwie wenn du mal nach unten nachs Gauki musst da ist zum Beispiel schon eine Quest die da aufleuchtet also und wenn es dir da unten baust äh in südlich Pias Toffia dann musst du nach Pionica ja oder was hältst du davon wenn du wenn wir mal nochmal ganz kurz ähm zwischen Skauki und Pias Toffia da wo dieser See ist der ausschaut wie ein Mond und unterhalb in diesem ja in diesem Eck also rechts unterhalb in dem Zipfel da von dem Fluss wenn wir da mal hingucken das können wir machen weil da bist du jetzt jetzt eh schon ne ich komm doch mal zu dir ich geh jetzt erst ich lass das nicht so auf mir sitzen ich hau dir jetzt platt na gut dann warte mal die Richtung hast du Leben also nicht mehr viel ja ich auch nicht ja aber es ist ja nur noch einer der da rum steht achso hast du zwei weggehauen ja oder sogar drei na du bist ja drauf ja ah ich glaube ich bin bei der ja ich bin wieder bei der Brücke na vor allem die haben hier wahrscheinlich auch ein bisschen an Loot ne wahrscheinlich ja davon ist es auszugehen ich frage mich immer noch jetzt habe ich den Bogen auf der 3 ok ich habe auch Pfeile dann kann ich da nämlich auch mal probieren oh und Wolf Wolf in der Nähe von der Brücke pass auf oh ich habe hier gerade einen den hat es ziemlich zerlöchert in dem Haus da stecken da waren fünf Pfeile in dem Trink steckt der chillt hier in der Ecke ein Wolf oder was ne ein Mensch achso der chillt hier in der Ecke sagt er mit fünf Pfeilen in der Brust das ist super ja oh Leinengewebe und 73 Münzen schön also am Ufer findest du auch immer wieder so Päckchen ja das war ja vorher auch schon so ja aber es sind halt jetzt nicht nur noch Fässer oder sowas sondern ah ich habe einen der Typen hier vor mir schauen wir mal ob ich den Treff mit Pfeile ok ein Pfeil und das war's der hat einen Apfel einstecken äh 65 Münzen und 10 Zwiebeln und schon wieder einen Bogen gefunden und wieder Pfeile Steinachst vergifteter vergifteter Bolzenpfeil ne Bronzepfeil halt Bronzepfeil kann ich den nicht auch irgendwie wegschieben den Typ verschwinden die ja denkt schon dass die irgendwann was ist denn das hier ups nein halt scheiße hat keiner gesehen oh schön den habe ich erwischt will der nicht langsam mal auf mich zurennen drei Pfeile und der war hinüber der hat's aber ganz schön krachen lassen du wer na hier der Jäger hier liegen überall Weinflaschen rum und da ist jetzt so eine richtige Spur zu dem ins ins Schlafgemach mit Weinflaschen okay jetzt mal gucken EF FEF ah nein hier FEF ja aber ich komme jetzt zu dir ja da war noch ein Dieb war da noch gestanden den habe ich mit Pfeilen wegmachen können aber irgendwie ein Pfeil fehlt mir noch da liegt noch ein Gesetzloser ich räume die jetzt einfach mal aus ne ja ja klar oh ich muss mir den Tasten noch klarkommen wie gesagt vorsichtig bei der Brücke da ist ähm ein Wolf unterwegs gewesen wo ist denn jetzt mein das ist der Bauhammer ich habe keinen Speer mehr ne ne ich habe keinen Speer mehr Steinspeer ach ein Steinspeer habe ich ja dann kommst du jetzt auf die zwei Boah diese Tontöpfe das schaut ja auch toll aus ist nur nur schade dass man die kann man da irgendwas machen den Eimer kann man nehmen toll da ist noch ein Beerenwein Bierflaschen ein Eimer ich lasse die zwei Eimer jetzt mal liegen Münze 60 Münzen immer her damit da ist ein Nest ich habe ihn mit meinen Fäusten niedergestreckt Fischerspeer auch nicht schlecht kann ich dir dann welche geben weil das waren jetzt seit 5 Stück 6 5 oder 6 Stück waren das jetzt cool ich weiß nicht wo du die anderen erledigt hast weil ich hatte jetzt 2 Stück noch da 2 von den von den Dieben hatte ich noch da ich habe einen Freeze du hast einen Freeze ja oh oh du auch kannst du dich noch bewegen ich kann mich ganz normal bewegen ja ne ich habe einen Freeze das ist aber nicht schön ich kann diesen Kopf ich kann auch kein kann auch nicht nicht escapen oder so geht gar nichts ok aber dann kann ich da leider jetzt auch nichts ändern dummerweise weil bei mir läuft alles ganz normal das oh Gott das heißt du müsstest dich neu reinladen oder wahrscheinlich oh Gott nicht gut diese Insel ist echt gut weil die ist richtig schön groß sag mir Bescheid wenn geht nichts ich bin komplett stuck geht absolut nichts was machst du jetzt das ist mir eine gute Frage ja voll nicht gespeicherte Spieldaten können verloren gehen ja ihr seid ja witzig wie soll ich das speichern das stimmt vor allem du hast ja das ganze Zeug einstecken das einzige was ich machen kann ist ja ist ja speichern das ist klar doch du könntest zu mir herkommen mich umhauen oder oh warte mal ja das kann ich machen ich sehe dich nicht mehr ich habe dich nicht mehr auf dem Schirm ich bin Höhe Brücke ja da habe ich dich ja vorhin gesehen das waren ja gerade mal 100 Meter aber ich sehe dich jetzt nicht mehr ich habe dich nicht mehr auf dem Schirm ich komme also was ja toll war auf jeden Fall wie schnell das funktioniert dass wir uns hier online zusammenfügen konnten ohne Probleme aber das ist jetzt blöd ne ich habe dich nur mal auf dem Schirm ich bin jetzt bei der Brücke Moment das Spiel tut so ich stehe jetzt auf der Brücke ich werde mit dir Sitzung nicht gefunden so ich dir den nochmal schicken ne ne du bist auch nicht online bei mir angezeigt ich bin gerade alleine im Spiel was ist denn das jetzt ja komm mal dann crash ich das jetzt einfach raus das Game alt ist hier oder was ja ich bin jetzt über Steam und hab bin raus bin ja wir werden wahrscheinlich jetzt komplett alles verloren haben weil ja nix gespeichert gar nix das ist echt blöd das ist dann wenn ich jetzt einen Charakter neu erstellen muss ne dann wahrscheinlich wahrscheinlich musst du das und ne es lädt zumindest es ist gerade dem Spiel beigetreten steht jetzt halt hier ja ja weil ich ja mit dem mit dem Sitzungs-ID bin ich jetzt gerade wieder rein und du bist 80 Meter entfernt von mir vielleicht haben wir Glück vielleicht haben wir Glück es wäre gut so ich stehe im Grunde fast vor dir ich bin noch so 10 Meter weg ah da bist du ah ich bin wieder da ok ja und du hast alles einstecken jetzt Überladung ach so ich hab ja ich hab einstecken ja cool ja Gott sei Dank ich hab jetzt auch schon Schrecken gekriegt ey aber dann müssen sie das wirklich mit bedacht haben dass sie gesagt haben ok wenn da ein Serverabbruch ist oder es haut jemanden raus hoffe ich jetzt mal ne dass das jetzt halt nur Zufall war also was hältst du jetzt von der Insel weil die ist nämlich echt groß ja man könnte natürlich auch weil der ist doch äh ähm westlich von Pastovia so ein bisschen nordwestlich du hast doch da die diese Sumpf dieses Sumpfgebiet und links davon da sind nochmal zwei so geschwungene Inseln die ausschauen wie Fische oder wie ein Fisch Moment ich muss auf die Karte gucken chill äh so jetzt wo meintest du oder Klonika genau südlich von Klonika da ist doch so eine Insel die ausschaut wie ein Fisch ja vielleicht da weil das wäre dann nicht so weit weg von Klonika Pastovia wäre dann auch nicht so weit weg ja oder lass uns doch mal in diesen Zipfel unterhalb von diesem Mond gehen in diesen Strump da nochmal hin ja dann gehen wir da mal hin weißt du was ich mache jetzt nochmal unsere Lebenspunkte auf ähm auf nicht sinken ja danke weil also unbegrenzte LP weil ansonsten achso ich muss das ja übernehmen weil sonst sterben wir noch 10.000 Mal und wir haben dann Änderungen übernehmen und haben dann immer noch nicht unser Ziel erreicht das warst du eigentlich einen Hut auf wo hast denn du bitte einen Hut her der war bei den Fischern oh das sind Fisherman's Friends gewesen aber dann warte mal auf mich ich warte auf dich lass mal jetzt versuchen keine Alleingänge zu machen okay ja ich sehe dich gut aber wenn wir wenn wir einen Punkt gefunden haben zum Bauen dann würde ich gerne wieder auf Normal spielen ja laufe ich jetzt eigentlich richtig ich laufe halt südlich ne das schaut aber so toll aus hier überall ja es ist wirklich schön aber es wäre halt auch toll wenn wir ein Wies sind ein Wies sind wir brauchen auf jeden Fall einen Fluss weil wir brauchen auch Stroh weil sonst können wir keine Häuser bauen und jedes Mal 50 Kilometer weit rennen wegen drei Stroh ist Kacke ja also müssen wir irgendwo an den Fluss auch welcher Nahrung und Wasser und Wassen und dem ganzen Gedöns Gedöns genau ja also müssen wir an den breiten Fluss gedöns brauchen wir ganz viel ja okay wo sind wir denn jetzt eigentlich hier muss man ganz kurz gucken ja noch weiter genau du du läufst richtig weil da vorne ist die Brücke ansonsten mit Schwimmen das dauert ja mehr Ewigkeiten oh da ist Ton also zur Brücke dann ja ja gut Angelstelle entdeckt hey wir werden eh expandieren mit dem Dorf dann dass wir da ein Hütchen da ein Hütchen und hier was haben aber wir brauchen halt irgendwo einen Fixpunkt ich meine da oben wo wir waren an dieser Weggabelung wo wir die zwei Häuser hingestellt haben die können wir ja lassen es ist ja nichts verloren ja oh du hast ein ein wildes Schwein aufgescheucht das ist doch egal ich habe doch Lebenspunkte ohne Ende komm her zum Kuscheln Kuschelschreien warte dann habe ich einen Speer aber schreien tut er trotzdem dann haben wir doch schon mal gleich was für die für die neuen Dorfbewohner zum Essen kommst du her okay das Wildschwein habe ich die geflüchtete Eisenpfeil nehmen wir doch mal die schauen aber auch so toll aus die Tiere also ich finde auch dass die sich geändert haben von der Optik ja das eine ja du hast ja ja du hast vorher ja schon nicht mehr wirklich reingeguckt aber ich habe das Game ja immer mal wieder offen gehabt und immer mal wieder ein bisschen weiter gemacht also ich habe ich habe geschaut Mai 22 habe ich das letzte Mal oh das wäre natürlich auch ein cooler Mittelpunkt vom Dorf ja ist schon krass ja schmeißt den mal um ja genau das ist nicht schlecht hier es ist nicht weit weg von Pias Tovia ist viel zu hügelig finde ich und auch ja das stimmt aber lass lass was weiter nach unten lass noch ein Stückchen weiter in den in den in den ein Fuchs ja ein Adler Falke oder was weiß ich da unten ist Schilf da drüben ja viel und hier hier rein hier dachte ich hier glaube ich das ist das was ich ich klebe dir an den Fersen quasi Falke Jagdgebiet entdeckt ups also hier genau ja die die Ecke meinte ich hier die ganze Fläche hier das ist nicht schlecht ja ist relativ gerade hier ist sogar eine Kiste mit einer Schaufel hier ist Flüsse gegenüber haben wir das Schilf was jetzt nicht so weit weg ist ja kann man Brücken bauen leider nicht also du kannst schon ja mit Gestückel halt wieder ja ich meine wir können ja hier drüben auch was her machen dann das ist schon eine nette Gegend hier also ich finde es hier eigentlich echt nicht nicht schlimm oh nochmal eine Ruine plünderst du die ja da hinten da oder sind zwei Bären da oben vielleicht gibt es dann da auch eine Höhle oh ja das könnte man mal schauen weil Mine werden wir ja eh brauchen